moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch zeigen wie ihr nach dem patch wieder die entwickler clantex benutzen könnt und zwar hat das bei mir mit dem sledgehammer clantex geklappt also mit dem shg und hierfür müsst ihr einfach hier zu den quartieren auf anpassung clantex eigen und bearbeiten leute so hier schreibt jetzt ein kleines s ein kleines h ein kleines g leerzeichen und ein punkt und nimmt das ganze an und jetzt habt ihr ingame dieses sledgehammer clantex hier seht ihr das noch nicht leute das seht ihr erst in game und ob es dann mit dem kleinen iw leerzeichen punkt und kleinen rvn leerzeichen punkt klappt müsst ihr mir mal in die kommentare schreiben weil bei mir hat es nicht funktioniert leute ansonsten wünsche ich euch viel spaß mit dem video leute falls euch das video gefallen hat könnt ihr gern ein like da das und ein kostenloses abo und die glocke aktivieren damit ihr nichts mehr verpasst und immer auf dem neuesten stand bleibt ansonsten ciao und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Vielen Dank.